Los geht's. Energydrinks. Headshots. Level 3 Backpack. Headshots. Okay, dann machen wir jetzt mal die Headshots. Oh nein, ich weiß, was ich für einen Fehler gemacht habe. Ich bin wieder im Squat-Server, glaube ich. Wir hüpfen gleich den Müll da raus. Gleich den Müll da raus. Und dann, ja. Gucken wir mal. Headshots. Headshots. Full Gas. Ich sehe einen. Ich sehe einen. Ist der einzige, der mit mir runterkommt? Echt? Ist das der einzige, der mit mir runterkommt? Da vorne ist noch einer. Ist hier drin. Es sind, glaube ich, zwei. Ich sehe einen. Ich sehe einen. Glocken. Ja, ich sehe einen. Echt? Ja. Ich sehe einen. Ja, die Pumpe, das könnte lustig werden. Ich bin nicht sicher, ob das nicht echte Player war. Möglich ist es. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Dann müssen wir ein bisschen sneaky sein. Okay. 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 Dann haben wir noch keiner drin. Okay. 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 Let's go. Okay. 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 Yeah. Okay. Okay. problem ist ich habe eine schluss für nahkampf und das ding als fernkampf ich überlege echt um zu disziplinieren die markt zwölf ist besser die kann mehr eventualitäten abdecken wir nehmen die markt ja das ist besser so ist sogar noch besser dreifach sco nix gut wo sonst alle noch irgendwo 62 am leben ich habe auch nicht viel munition einstecken oh gott ich werde so untergehen seit dem letzten update ist irgendwie so dass diese autos immer hüpfer machen wenn man einsteigt oder dagegen läuft hier irgendwas verpockt hier nochmal kurz looten nix mehr für uns da level 3 zwischen ich glaube ich nehme mal lieber der ist als wäre normalerweise spiel ich immer aber klingt jetzt gerade auch verlockend es klingt irgendwie jetzt auch verlockend noch 59 am leben wohlgemerkt squadserver schon holprig hier aber wir haben noch sprit und wo kommt dieser marke her habe ich den gesetzt ouch überall geht's ab wo Was ist das? Da ist der komische Dude Er ist noch einer drin Passt oder? Lass mich mal ganz kurz schauen, ob da einer von den Dudes irgendwie eine Scope dabei hatte Irgendwie verlockend Kein Scope, shit Kein Scope, nirgends Haben wir eigentlich alles noch, haben wir nichts So finde ich es doch eigentlich ganz gut Ich will ein anderes Scope Wo? Obwohl er mich veräppelt Da steht noch einer Okay, was mich jetzt interessieren würde ist Wo ist sein Freund? Ich bin mir einigermaßen sicher, dass er nicht allein ist Sohne tut schon ein bisschen weh Immer noch kein gescheites Auto Äh, kein gescheites Scope Ich muss ein bisschen aufpassen jetzt hier Ich will mein eigenes Auto jetzt überfahren, das wäre blöd Ich will nicht außerhalb der Zone parken Come on Come on, kleiner Dacia Du bist stark Und mächtig Sohne noch 26 am Leben, aber ich spiele halt gegen Squats Das bedeutet, ich muss ein bisschen aufpassen Puh Ja, die offene Fläche können wir gar nicht Hammer Ach, das kann sein, dass das der andere, der Buddy war von dem Typen, den wir da vorhin weggelämst haben Zone Shit Ja Hm Mö, wir müssen eine Mission schauen hier Fünf Energy Drinks Keine fünf Energy Drinks, genau Dachte eigentlich schon Ah, die Headshots haben wir gemacht Gut, dann müssen wir jetzt nur noch Ein Headshot machen, oder? Ein Energy Drink Konsumieren Das machen wir sofort Dann ist es erledigt So Push in die Zone noch 16 am Leben Schwierig Ich glaube nicht, dass ich das überlebe Ich habe zwar schon gut aufgeräumt, aber Ja Gegen Viererteams Da musst du es schon echt schlau anstellen Da musst du es schon echt schlau anstellen Dann Mö, ich smoke Zwei smokes Und eine Ja, passt Da haben wir schon ca. ein paar Extended Und Was nehmen wir? Sieht gut aus Auf die Klippe Ich habe halt immer noch 3 1 Immer noch nur 3 4 wäre cool Pass auf Pass auf die ace hat gerade einen guten job gemacht es war schon fast ein turtle ace spray schon fast ein turtle ace spray ganz ehrlich kurz davor gewesen zu nehmen ich habe nicht richtig spiel nicht nur mit zwei scoops da oben ist einer mindestens einer die bz-kanale nehme ich auf jeden fall mit einen vorteil hat wenn man allein ist man muss sich um keine anderen leute kümmern da wird immer noch gewonnen da oben stehen wir zwei komplettes team warum habe ich auf 98 gewechselt kann ich so one shot hits machen allerdings auch das wird mir nix helfen gegen squads auto links irgendein revive dings ist losgegangen da unten sind welche da unten sind welche sind aber wahrscheinlich bots nehmen und die typen von oben werden jetzt auch langsam hier aufrücken die man da runter und so versuchen wir ein glück gut von der nächste ein 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 war einfach zu verlockend looten kann ich nicht ja genau soll ich da hin können wir machen der musste jetzt außerhalb der zone sterben wir sind Okay, das ist zu weit. Von links schleicht sie einen an. Ich habe es doch gesagt. Oh, die will ich jetzt aber schon noch sehen. Die Blue Zone Grenade. Ja, okay. Ja, das ist das, was ich meinte. Schwierig. Gegen Teams hier. Einer war hinter mir. Dreierteam. Aber einen von den drei Dudes habe ich erwischt. Und ich hätte eigentlich fast zwei gehabt. Eieieiei. Okay, ich tippe mal, dass die jetzt das Match gewinnen eigentlich. Oder? Der Typ ist halt gestorben in der Zone. Nee. Ihr verarscht mich. Nee. Jetzt ist das komplette Team von dem Dude ausgerottet worden in der Zone? Oh mein Gott, Leute. Was ist das denn? Und jetzt hat er es noch mit einem... Nee, da unten. Oh yeah. Das sind aber Bots, oder? Ganz ehrlich? Wer hat es mit Bots zu tun? Wie ist denn das? Nee, das sind keine Bots. Hat der keines... Der hat nur eine Waffe? Was zum Geier? Okay, ich verstehe nicht, was in dem Spiel abgeht. Okay, wir haben noch zwei und dann ein Bot übrig. Ja, okay. Ja, okay. Da drüben ist noch ein Bot. Keine Sorge, Junge. Der Typ ist ein Bot. Scheiße, Mann. Das komplette Team... Das komplette Team, mit dem ich mich angelegt habe, wurde von der Zone gekillt. Unterall lustig. Und dann... Nee. Der Typ, den man jetzt sieht, hat den weggesnipert... Das Spiel ist vorbei, Leute. Ihr könnt jetzt entspannen. Ihr müsst euch jetzt nicht mehr hinter dem Stein verstecken. Das ist alles gut. Ich blicke nicht durch, was gerade abgegangen ist. Ähm... Fun Fact. Die... Das Team, mit dem ich mich angelegt habe, davon sind... Ich glaube zwei gestorben. Äh... In der... In der Blue Zone. Und einer ist... Ähm... Und einer hatte nur eine Waffe dabei. Warum hatte sie nur eine Waffe dabei? Ohne Scope? Also das war jetzt nicht so das A-Team. Ich sage mal danke fürs Zuschauen. Und gerne wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.